Danke für alles, immer wieder. Dein Mindset und gutes Herz. Einfach eine super Kombi. Vielen, vielen Dank auch an dich, mein Lieber. Danke, dass du mich so einschätzt. Augen zu und durch. Auch dir Dank für die Donation. Bin erst seit Januar 2020 dabei und daher leid gewohnt. Auch so kenne gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn wir einen fetten Push bekommen. Ich wurde quasi im Feuer des Bärenmarktes geschmiedet. Vielen Dank, Rose. Danke dir auch vielmals, mein Lieber. Aber das finde ich schön, dass du das so humorhaft siehst. 2017, wo ich noch nicht viel von dem Markt verstanden hatte, da habe ich mich schon mit beschäftigt, aber hatte nicht das Wissen, bei weitem nicht das Wissen, was ich jetzt hatte. Und leider, leider habe ich auch einige Assets hier oben verkauft und habe eine ganze, ganze Weile lang die Emo-Rot gesehen. Das ist normal. Mach dir überhaupt keinen Kopf. Denk nicht, dass der ganze Markt jetzt schlecht ist oder sonst irgendwas. Du hast einfach das Wissen nicht. Und du bist einfach auf diesen FOMO-Zug draufgesprungen. Viele haben darüber geredet. Viele haben gesagt, es geht auf die 100.000 bei Bitcoin. Und das passiert einfach vielen. Am Anfang habe ich das beschrieben, dass viele, viele, die neu auf dem Markt sind, leider genau von diesen FOMO-getriebenen Hype-Gemache sich anstecken lassen und denken, oh, das ist wirklich der richtige Zeitpunkt. Und dann passieren halt solche Dinge. Das ist ganz normal. Mach dir keinen Kopf. Wichtiger ist, dass du aus diesen Fehlern lernst und jetzt richtige Entscheidungen triffst. Und das, was du da an Minus gemacht hast, 100-fach am Plus wieder reinholst. Und das ist bei mir alle Male passiert. Jetzt schon durch den kleinen Pump, den wir haben. Ich glaube, das, was ich in der Vergangenheit in Minus gemacht habe, habe ich jetzt schon 50-fach durch diesen kleinen Pump wieder reingeholt. Und das passiert dann, wenn du dran bleibst und von deinen Fehlern lernst und weitermachst. Denn es ist niemand, nicht mal die besten Chart-Analysten der Welt, die investieren bzw. die traden immer am Plus. Wenn sie 20 Trades machen, 18 davon aufgegangen sind, dann reicht das. Ja, dann hast du einfach zweimal Pleite gemacht. Ist so. Kann passieren. Den Weltbesten. Das ist aber nicht das Ziel, 100% immer richtig zu liegen. Was weiß ich, du hast 100-mal getradet. Wenn du 90-mal davon richtig getradet hast und ein Plus warst, dann werden diese 10%, die du da Minus oder Pleite gemacht hast, die werden das komplett wieder wettmachen. Und das ist wichtig. Nicht denken oder was weiß ich, von Kollegen, die dir irgendeinen Müll anhören, die keinen Plan von der Welt haben. Du hast verloren mit deinem Kryptomüll. Wir haben es dir gesagt. Lass sie. Lass sie. Das sind Menschen, die nicht die Courage und nicht den Mut haben, zu investieren, die nicht den Mut haben, ein Risiko einzugehen, um sich aus dieser Matrix, die geschaffen wurde für uns, geh arbeiten, 8 Stunden, komm nach Hause, nimm dir einen Kredit, mach dir eine Familie, zahl diesen Kredit dein Leben lang ab, hol dir ein Fahrzeug, was du dir nicht leisten kannst, nimm auch dafür einen Kredit und werde ein Sklave des Systems und geh immer arbeiten, damit du all diese Dinge bezahlen kannst. Das ist das, worauf diese Leute aus sind, die dich auslachen, wenn du sowas machst. Warum? Sie haben nicht den Mut und die Courage, das Risiko einzugehen, um aus dieser Matrix herauszukommen. Du hast diesen Mut und du hast diese Courage. Und lass dich nicht von diesen Bländern, lass dich nicht von diesen Feiglingen herunterreden. Denn sie, beziehungsweise Menschen, die so denken, die bleiben auch immer da, wo sie sind. Die werden sich nicht weiterentwickeln. Das sind Menschen, die heulen herum, aber trauen sich nichts und sehen die Chancen nicht, die vor ihnen liegen, um das zu ändern, was sie eigentlich gerne geändert haben wollen. Warum nicht? Weil sie sich einscheißen vor einer Sache, die neu ist, die sie nicht kennen. Weil sie ihr Hirn nicht einschalten, hirnlos Mainstream-Medien sich anhören, sich Jamie Dimon anhören, sich Goldman Sachs anhören, sich große Banker anhören, die die Kryptos schlechtreden, aber nicht lang genug recherchieren, um zu verstehen, dass genau die, die das schlechtreden, im Hintergrund Patente anmelden, um Kryptos zu verkaufen, an ihren wohlbetuchten Kunden Kryptos verkaufen und Bitcoin verkaufen. Die schauen nicht hinter die Leinwand. Das ist alles, was sie sehen. Und das Schlimme ist, dass genau die, die dafür gesorgt haben, dass sie abgezockt werden, dass sie auch noch auf die hören und niemals aus dieser Matrix herauskommen werden. Darum lasst dich nicht herunterkriegen. Lasst euch alle nicht herunterkriegen, Leute. Das sind meistens die Menschen, die so reden, die sowieso da stehen bleiben werden, wie die sind. Diese Menschen sind Feiglinge, sie haben keine Courage und sie haben letztendlich auch keinen Hirn, weil sie nicht recherchieren wollen, weil sie sich nicht damit beschäftigen wollen, um weiterzukommen im Leben. In jeder unserer Videobeschreibung unten findet ihr einen Link zu Bitwavo. Meldet euch an und ihr bekommt 10 Euro und die ersten 1000 getradeten Euros sind über unseren Link gebührenfrei.